Hey Leute, hier ist euer Niklas vom Auto aus Schmolk. Willkommen zu unserem neuen Video. Da ihr uns durch die aktuellen Umstände nicht leider in unserem Verkaufsraum und unserem schönen, tollen Showroom besuchen könnt, aber wir extra für euch hier unseren CLA-Shooting-Break mit Original Mercedes-Benz Zubehör für euch bestückt haben, haben wir uns gedacht, wir machen ein Video und zeigen euch die tolle Produkte rund um Original Mercedes-Benz Zubehör. Um euch das Ganze zu veranschaulichen, haben wir unser Fahrzeug bestückt. Hier einmal mit Beispielen für euch, was es denn so alles gibt. Die Basishalterung zum Beispiel mit der Tablethalterung von Mercedes-Benz und auf der gegenüberliegenden Seite der Gleiterbügel. Natürlich auch ein Highlight haben wir euch auch schon mal vorgestellt, der Original Mercedes-Benz Kindersitz. Natürlich können wir euch passend zu eurem Fahrzeug auch den passenden Kofferraumschutz anbieten. Wie wäre es zum Beispiel mit der Original Mercedes-Benz Wendematte, die genau und exakt an euren Kofferraum zugeschnitten ist. Die ist auf der einen Seite schön als Stoff und auf der anderen Seite könnt ihr sie natürlich rumdrehen und habt dann eine gummigenoppte Oberfläche, die Sachen vom Verrutschen abhält. Ich zeige euch das ganz kurz. Die legt ihr ganz normal in euren Kofferraum und schon habt ihr einen tollen Schutz, der dazu noch super aussieht. Der echte Hingucker und natürlich das Highlight ist die Original AMG Dachbox. Bisher hatten wir nur Mercedes-Benz Dachboxen. Mittlerweile extra für die AMG Fahrzeuge auch die Original AMG Dachbox im tollen Design, schönen Windschnecke und natürlich optisch ein absolutes Highlight in der Farbkombination und hinter mit der Diffusoroptik. Hier nochmal für euch im Blickfeld die schöne Diffusoroptik, was der einzigartige Look von der Dachbox darstellt. Natürlich haben wir noch viele weitere Produkte von Original Mercedes-Benz Zubehör und Kollektion bei uns ausgestellt. Ihr dürft uns diesbezüglich natürlich jederzeit gerne kontaktieren oder ganz einfach ihr schreibt es uns in die Kommentarleiste. Ich wünsche euch alles Gute, vergesst natürlich uns nicht zu abonnieren. Euer Niklas vom Autohaus Schmolk.